Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Yun. 6 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns? Erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis? Vorurteil. Wessis stellen sich gerne selbst in den Mittelpunkt und nicht die Sache. Das eigentliche Thema. Test an Herrn Yun. Herr Yun scheint sich bis heute keinem Wahlthema wirklich gewidmet zu haben. Er stellt eher seine Person verbunden mit seinem Professortitel in den Vordergrund. Abseits dessen nutzt er wohl insbesondere seine Macht, um seine eigene Familie zu bevorteilen. Dieser Punkt bestätigt sich also wohl ebenfalls gegenüber Herrn Yun.